Was geht, da bin ich ein Schüttiger und willkommen zurück in der neuen Folge des Speechrunners. Mit Feder, Christian, ne nicht Christian ist ja gar nicht dabei, Jay ist dabei. Und Brammen natürlich. Lol, das ist aber nicht so geil. Ja, der ist schlecht für uns, ne? Ja, für dich vor allen Dingen. Du bist so ein Wichser. So ein blödes Stück Scheiße, ne? Was, ich habe geduckt, ey. Das kriegst du noch zurück, ey. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das merke ich mir. Oh shit, gerade vorne, ja. Okay. Ich bin gespannt, was da kommt. Oh Gott. Das ist noch nein. Boah, das habe ich da vorne gehauen. Voll nice. Ja, ne? Boah, das Brammen den Vorsprung verloren hat. Voll schön. Ja, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Oh shit. Oh, da hat er uns beide erwischt. Ja, kein Ding. Ich habe mich schon wieder geduckt. Das ist doch Unfug. Ja, natürlich hast du dafür. Klar. Ey, jetzt lass Heidi nicht noch gewinnen. Ja, warte mal ab. Brammen ist immer noch im Rennen. Das ist immer so eine Sache hier. Ja, ja, das war klar. Damit kannst du den meistens nicht lumpen, aber... Oh shit. Der shit, ey. 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 Oh shit. Oh, Brammen, what the fuck. Alter. Was genau ist denn, dass das mit euch beiden passiert, ey? Der war voll fies zu mir. Wisst ihr eigentlich, ob man sich irgendwo in die ganzen alten Pokémon-Anime-Folgen nochmal reinziehen kann? Ja, kann man die nicht irgendwo kaufen. Gibt er nicht bei iTunes auch? Übrigens, hat von euch früher eigentlich auch jemand die Dinos geguckt. Ja, mal. Die Dinos waren voll geil. Fand ich geiler als Pokémon. Seit dem 1. Dezember gibt's alle Staffeln auf Blu-Ray. Ist rausgekommen. Neu? Auf Blu-Ray restauriert? Ja. Ja. Korrekt. Nice. Wie awesome ist das denn? Wow. Gibt's das nicht auch als Prime oder sowas für Dingens? Nee, ich glaub nicht. Du kriegst alle als Prime. Nur halt dann, im Zweifel musst du halt zusätzliches Geld bezahlen. Wappen. Wow, ihr seid so krank in Scheiß-Speedrunners. Ich wollte das nur mal durchrufen, weil, Micha, ich hab da ehrlich gesagt ein feuchtes Höschen bekommen, als ich das gesehen habe. Ja, Dinos waren super genial. Ja. Und wurde übrigens tatsächlich abgesetzt, weil die zu sozialkritisch war, die Sendung. Ja, das ist nämlich das Geniale an der gewesen, dass die voll freaky war. Ja. Und das war für Disney war das zu harter Tobak einfach. Was ist denn da passiert? Ich hab dich gerade gegrabt. Oh. Oh shit. Egal. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Zwischen der erste, geht klar. Was? Wie was? Ja, zwei Zentimeter, Alter. Das reicht doch. Böse. Nee. Nee, äh, äh. Freunde, das läuft aber nicht. Oh nein, jetzt kriegt er das alte... Oh Gott. Oh Gott, hab ich versagt. Oh nein. Oh nein. Nein! Oh mein Gott. Krass, wie ich noch dabei bin. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ja, scheiße. Oh Gott, nee. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Da komm ich nicht weiter. Ja, doch ich. Nö, klar. Kein Ding. Ah, fuck, ey. War ich doch locker. Guck mal, war ich der Einzige, der zumindest ein bisschen was entgegensetzen konnte? Was ist da los, Leute? Das bringt ja auch nichts. Ja, anstrengend. Ja, weil ich halt... Am Anfang war Bram abgelenkt, das zählt nicht. Ich die Oberwurst bin, ist doch klar. Das stimmt. Ja, da kam leider jemand bei mir ins Zimmer rein, da musste ich kurz nach links gucken, da bin ich gestorben. Hat ich's mal an? Ja. Ja, ihr wollt ja wieder den üblichen Cookie zwischen ihre Lippen unten rum gekriegt haben. Ja. Ich fragte schon... Oh, was hab ich gerade aus Versehen gedrückt? Das wollte ich erst gar nicht. Ich bin gerade gleich... Wir kriegen glaube ich gleich mega am Sack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist das Ding zu tun? Was ist das Ding zu tun? Was ist denn da los? Weil keiner unten rum gegangen ist. Ah ja stimmt. Das hat mir glaube ich bisher noch nie. Oh, hoppala. Oh shit! Ja auch gerade. Oh nein. Ah scheiße. Was ist das denn? Nicht cool. Ja, tschüss. Oh, Jay, mach's gut. Lol. Oh, Mann, Hadi, ey. Geh wieder da oben rum. Nee, Bram. Wird doch klappen können. Nee, nee. So, hätte. Nee, nee, ist unmöglich. Oh. Da hab ich jetzt ein bisschen an Anschluss verloren. Das ist nicht so gut. Oh, shit. Ach, scheiße, ey. Kein Ding. Alles cool hier. Alles chill-exig. Oh. Gott, nein, nein. Kein Eis. Wie viel zur Folge Speedrunners ist das eigentlich mittlerweile? Keine Ahnung. So ungefähr? Weiß es nicht. Oh, nein. Oh, ciao. Ja, wir hätten die letzte hochgeladen. Er weiß ja ungefähr seine Zahl. Ja, ich, keine Ahnung. Oh, Gott. Scheiße. Ich hab's ja nicht. Ich, da, da wusste der eindeutig besser, wo die Scheißdinger sind als ich. Hey, fuck. Das war nicht so geil. Oh, Gott. Nicht gut. Oh, fuck. Was ist das denn? Das ist jetzt aber gar nicht gut. Das Ding ist ja trotzdem zu. Ja, das ist jetzt so. Ja, aber oben ist jetzt noch ein Schalter. Stimmt. Oh, sehr gut. Ja, Alter. Guck mal, Hadis wieder da. Ja. Ja, machen wir mal ein bisschen hier. Oh, Gott. Was soll, was lag ich denn da? Oh, nein. Nein, nein, nein. Oh, Adi. Oh, Adi. Nein. Oh, Mann. Uncool. Ja, geil. Da dachte ich schon, die Items sind meins, weißt du. Aufgeh' ich halt oben. Oh, loo. Nein. 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 Voll, fuck. Oh, richtig. Oh, boah, war das knapp, Alter. Ja, Alter. Aber oben waren noch Kisten. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich soll mal wieder was sagen. Fällt ein, dass ich die ganze Zeit nicht sage, auf wege konzentriert am Spielen bin. Verdammter Kack. Was ist das denn? Redest du zwei Wörter? Ja, Pee, scheiß aber auch deine eigene Dummheit. Ja, hast du gewonnen. Roki-Zoki. Kein Problem. Ja, für die Unverschämte. Ich war höher. Höher ist doch immer besser, oder? Ja, wenn du weiter links gewesen wärst, dann hättest du gewonnen. Ah, im Ernst? Okay. Das ist gut zu wissen. Ja, wobei, wir hatten schon die roten Balken. Boah, die Map hatten wir aber auch schon lange nicht mehr. Gar nicht. Oh, Gott. Oh, lol. Geil! Boah. Da könnten wir ja auch ein bisschen abkosten. Das Dächt war natürlich jetzt gar nicht gut. Mega behindert. Ja, aber was willst du da machen? Wir sind halt auch so Gönner wie du bei Worms. Ja, genau. Okay, man muss oben besser rum. Gut zu wissen. Null. Das war natürlich jetzt nice. Oh, shit. Oh, null. Fede, ey, du. Was? Ich konnte das Ding nicht auslösen. Steh auf! Nein! Jetzt kann man das auslösen. Winke, winke Kätzchen. Ach, Mann. Ich muss die Scheiße wieder aufrollen. Irgendjemand hat mich gehauen. Ja. Ja, das ist wirklich so. Wenn du dich duckst, kannst du den anderen hauen. Das wird eng. Oh Gott. Krieg dich. Komm schon, Hadi. Ja. Warte. Jetzt. Nein! Warum bist du ein Penner? Ich bin voll lange davon zerstört worden. Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Komm schon. Ich bin einfach halt da drüber zu spüren. Nein! Boah, Hadi, ey. Oh, oh Gott. Ja, warte. Ich bin noch da. Oh, das darfst du jetzt nicht verkacken. Ja, aber... Scheiße. Winke, winke Kätzchen. Mann! Ja, und ich komme trotzdem da dran. Ey, das gibt es ja überhaupt nicht. Oh, das ist jetzt aber gar nicht... Wieso denn gegen mich? Oh, wir wollen geipen gegen euch beide. Wir sind jetzt ein bisschen strange, dass, äh... Oh, Hadi. Das kann nicht... Oh Gott! Oh! 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 Das war sicherlich gesagt jetzt auch nicht, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Peter. Das ist nur Dennis Hartwig. Der kann das nicht. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Oh! Das ist... TOTE MAMA! Warte. Ich werde... Warum kann ich nicht mal gegen Peter spielen oder so? Warum muss ich denn mal voll sterben? Werd mal einfach, ey. Ja, komm, fickt euch doch alle, ey. Ja, komm, fickt euch doch alle, ey. Okay, das ist am Arsch lecken. Jetzt weiß ich, wie das mal ist, wenn immer alles immer abkriegt. Ach, ich hab doch gedocht, ey. Fuck you. Oh ne, nicht in die Dinger rein. Doch, Hardy. Gönn dir. Nein. Hey, ich bin auch noch da. Ja, du zählst gerade nicht. Ich weiß. Ach, scheiße. Wenn er da oben gegen die Ecke geht... Oh, das war nett. Nein! Ficken! Wie alle das gerochen haben. Boah, Peter! Du miese Binz. Bitteschön! Oh, nee. Das ist aber gar nicht geil. John, Peter. Was ist das schlicht? Willst du auch mal einen Punkt holen? Das wusste ich nicht. Da liegen jetzt Kisten. Das ist so cool. Ah, kein Ding, Peter. Wolltest du da ducken, um der Rakete auszuweichen? Ich dachte, vielleicht geht's. Scheiße. Komm schon, Peter. Kann ich wahr sein? LOL! Peter, wenn du keinen Bock hast, zu gewinnen, dann schenke ich mir das einfach. Dann wissen wir das wenigstens. Deine Mutter schenkt mir die Jugendfreude. Immer wenn das ergibt keinen Sinn. Hahaha! Okay. Oh fuck, er wusste es! Ja, ich hab's doch gesehen, Junge! Ich schenke mir die Jugendfreude. Hast du gerade gesagt? Oh, Scheiße. Na. Nein! Awww! Peders Mutter schenkt Bram ihre Jugendfreude. Alles klar. Ein Brams Mutter schenkt mir ihre Jugendfreude, du Nase. Das geht ja auch nicht. Ja, ich weiß. Boah, ich bin so scheiße! Ach, weißt du? Kugel hat er dir dazu. Oh shit! Ja, 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 ja. Scheiße! Oh ne, jetzt muss ich gegen den, ey. Oh, ich will nicht. Wiederfolg. Oh shit, Bram. Hä? Wie hast du denn jetzt bitte so einen krassen Speed gekriegt, obwohl ich das Ding... Ja, das weißt du doch. Der ist halt auf der Schräge gelandet. Ja, ich ja auch! Das ist halt was komisch. Aber der hatte mehr, der hatte mehr Höhe. Oh Bram, ey. Oh Bram ist echt genannt. Ach, das gibt's doch nicht. Was macht der sonst nicht? Ich bin grad ein bisschen unkonzentriert. Sorry. Ich hab hier... Ähm, ein Problem. Du hast ein Problem. Ja. Ich glaube, das sind faale auszureden, weil du gerade am Verlieren bist. Ja, das glaube ich auch. Guck, jetzt hattest du auch mehr Speed. Ja, das stimmt. Weil du höher gesprungen bist. Oh Gott, im Himmel, ey, Mann! Ärgerlich. Das reicht vollkommen. What? Oh mein Gott. What the fuck? Okay, keine Ahnung. Hoppala. Ja fuck, und wieder nicht da oben lang. Egal. Och mann. Da ist sie. Fuck. Lauf! Guck mal, die Federbüttchen ist. Ah, fuck dich! Ganz ungünstig. Komm, den schenke ich euch noch. Das krieg ich euch noch. Das krieg ich euch noch. Das krieg ich euch noch. Wie er alles freimacht. Ah, die muss sich jetzt anstrengen, ne? Jaaa, ich weiß. Muss aber da oben noch rum. Das Wasser ist. Dann muss ich nicht. Fuck. Boah, Alter, voll gleichzeitig. Oh, wir haben jetzt Speed benutzt. Ohhhh, den muss ich halt auch benutzen. Ja? Oh nein! Ich musste springen! Oh, ficken, ey! Oh, was ist unbefriedigend? Da ist unbefriedigendes Satt. Ja, ich weiß, es ist echt unbefriedigend, wenn man immer Zweiter wird. Ah, die ist schon ganz schön an Lappen. Man, ey. Komm, drückt mal, ihr Mongos. Drückt mal, ihr Mongos. Ram startet auch voll häufig als Erster. Deswegen ist das unfair. Wie du im Mario Kart. Exakt. Oh, 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 oh. Du musst auf jeden Fall da oben lang. Was hat meinen Tod bedeutet, witzigerweise. Und ich war vor euch. Manchmal ist dieses Spiel sowas von behindert. Nein! Oh Gott, ey. Ist das frustrierend, das Spiel. Nein! Oh nein, 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 nein! Nein! Ich darf nicht da unten lang! Oh, nein! Bam! Oh, man. Oh, okay. Das war jetzt aber... Das war jetzt aber... ... gemein. Lol. Na, ich bin da. Ich... Ich verstehe doch nicht hundertprozentig, woran das zusammen liegt. Wenn du ein Haus irgendwann nicht... Huiiii! Ey, cool, wenn ich mir der Punkt jetzt auch schon lag. Ich habe schon zwei. Ja. Oh, wow. Das kann krase sein. So, komm. So. Oh mein Gott. Ah, oh Mann, ey. Es stand halt schon vorher fest, ne? Ne, was?! Oh, das ist jetzt aber nicht geil. Ohhhh. Heiße. Ja, da darfst du nicht gegenspringen. Ja, da sagst du das. Oh mein Gott. Da darf ich auch nicht draufkommen. Ja. Irgendeinen werde ich gleich in den Tod reißen von euch beiden. Ich hab's noch gesehen, ey Oh Gott Nein Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, die geilen Städtchen Bis zum nächsten Modrun, tschö Ciao